Hallo, ich begrüße euch heute aus der gynäkologischen Praxis von der Frau Dr. Schubernig in St. Weiternaglan. Hallo. Hallo. Wir zwei, wenn wir heute über Frauenthemen sprechen. Was mir hervorkommt, Scheidenpilz ist ein großes Thema. Das ist wie eine Epidemie. So viele Frauen, oder siehst du es nicht so? Wohl, aber da ist auch die Psyche das Hauptthema. Und Antibiotika-Geschichte? Ja, logisch. Ein Pilz, wenn ich Antibiotikum nehme, kriege ich fast vorprogrammiert einen Pilz, weil das Antibiotikum ja nicht gezielt das Bakterium, das es krank macht, kaputt macht, sondern ja alle Bakterien. Und die Scheidenflora besteht einmal aus Bakterien. Und wenn auch diese guten Lactobazillen in meiner Scheide durchs Antibiotikum gekillt werden, habe ich diesen Schutzmechanismus meiner Scheidenflora nicht mehr. Das heißt, die schützen vom Pilz die Bakterien? Genau. Also die halten den Pilz quasi in Schacht, wenn ich die guten Bakterien habe. Wenn die weg sind, dann kommt der Pilz natürlich auf. Das heißt, es bringt auch nichts, was viele machen, einfach nur einen Pilz therapieren. Dann ist zwar der Pilz jetzt einmal weg, aber die Ursache, warum er da war, ist noch immer nicht behoben. Die wenigen Lactobazillen in der Scheide. Also eine Pilztherapie ohne gleichzeitig hintenher nachher wieder Scheidenflora aufzubauen, ist eigentlich eine halbe Sache. Ich muss dann noch immer wieder Milchsäurekeime in die Scheide einbringen. Also lokal auf jeden Fall? Lokal. Und wenn ich es einnehme? Ist auch gut. Es gibt so sehr gute Präparate jetzt schon, indem man einfach über einen längeren Zeitraum schluckt und die dann natürlich sehr wohl, erstens sind wir auf den Darmhund für die Scheide, sehr sehr gut sind. Also echt gute Erfolge. Und was, du hast gesagt, die Psyche ist. Gibt es da spezielle Verhaltensmuster oder Gedanken, was eine Frau... Nein, Beziehung. Das ist Beziehung. Weil die Frau sich unterbewusst schützt vor dem Geschlechtsverkehr. Wenn sie einen Pilz hat, kann ich keinen Verkehr haben. Also das habe ich wirklich beobachtet. Ich habe Frauen gehabt, die sind wirklich fast jedes Monat mit einem Pilz gekommen und irgendwann mal, ja natürlich haben wir es behandelt, aber irgendwann mal habe ich dann auch, bin ja so eine ehrliche Haut und ich sage, ich spreche es einfach an und sage dann, ich sage immer, ich will es gar nicht wissen, ich bin keine Psychologin, aber es gibt Themen, die werfe ich dann halt in den Raum. Sie soll einmal darüber nachdenken, ob eines, ob das irgendwie auf sie zutrifft. Also eben Beziehungsthema. Und man trifft bei diesen wirklich permanenten Pilzinfektionen da einfach immer ins Schwarze. Antibiotikum ist was anderes, Thermenurlaub ist was anderes. Das sind alles wirkliche Ursachen. Aber wenn jemand dauernd Pilze kriegt, dann ist es sehr, sehr oft echt ein Beziehungsthema. Und unter der Pille beobachte ich natürlich auch oft, dass die Mädels viel öfter Pilzinfektionen kriegen. Wenn man die Pille dann wegtut, ist das auch weg. Also Pille, das ist ja so ein Thema. Also auch eine Wohlsituation ist dann auch. Ja, also diese Pille, die Pille, die hat ja sowieso überhaupt nichts Bioidentes an sich. Also die Pille ist, ich mag sie ja gar nicht. Wir sind ja schon beim nächsten Thema, Verhütung. Ja, schrecklich. Ja, schrecklich. Ja, ich weiß. Aber kann man da irgendwas empfehlen? Oder ist das ja individuell? Nein, schon nicht individuell. Gibt es No-Gos? Eben, du sagst, die Pille ist schrecklich. Naja, natürlich. Klar muss man den Mädels irgendwie eine Pille geben. Ich gebe sie extrem ungern, weil ich einfach weiß, dass die Pille extrem schlecht für den Körper ist. Das vor allen Dingen für die Psyche. Also da werden sie wirklich oft depressiv. Oder auch diese Kopfschmerzen. Manche sind wirklich so, die spielen gar nicht dünn und dann geht es auch gut. Das muss ich auch dazu sagen. Aber grundsätzlich ist eine Pille, finde ich, ein dem Körper schädigendes Medikament. Entzieht immer extrem viel Vitamine, B6, Magnesium, Folsäure. Das muss ich wenigstens dazugeben, wenn ich schon die Pille nehme. Gibt es bessere Alternativen für junge Mädchen? Naja, es gibt ja jetzt eben, wie gesagt, schon diese Mini-Spiralen. Man muss jetzt keine Mädels sehr wohl schon eine Spirale nehmen. Und die gibt keine Hormone ab? Es gibt eine, die gibt ganz, ganz wenig Hormone ab. Und dann gibt es diese Mini-Kupfer- oder Gold-Spiralen. Aber die sind wirklich so ganz kleine Teile. Und ich habe auch ganz viele Mädchen, die einfach schon wieder natürlich verwitten. Oder auch mit Kondomen natürlich. Ja, eben. Ja, mit Kondom. Klar, das ist das Kondom. Und dann schauen mit der natürlichen, also mit dem Persona zum Beispiel. Das ist ein Computer, wo man da misst. Wird da Temperatur gemessen? Temperatur. Nein, da wird schon Hormon gemessen mit dem Persona. Mit Temperaturmessung kann man natürlich auch machen. Und wenn man sich da, wenn man regelmäßig im Zyklus hat, geht sich das sehr wohl. Die Persona macht das auch, gibt das eine? Nein, 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 im Hahn. Ah, im Hahn, okay. Im Hahn, da sind so Stäbchen, die man in den Hahn eintaucht und dann den Computer reingibt. Und der sagt dann nachher, ob das jetzt ein gefährlicher Tag, ein fruchtbarer Tag oder ein nicht fruchtbarer Tag ist. Und damit tun ganz viele Mädels schon. Geht aber nur, muss ich einmal dazu sagen, wenn ich ganz einen regelmäßigen Zyklus habe. Wenn ich einen unregelmäßigen habe, geht das nicht. Dann kennt der sich nichts aus dem Computer. Aber es... Was ist denn mit dem Nuwaring zum Beispiel? Ja, der Nuwaring, schau, Bille, Nuwaring, Pflaster. Ist alles formule, das Gleiche, nur ein anderer Weg, bis ins Blut kommt. Das eine wird geschluckt, das andere kommt über die Schleimhaut, der Scheide, der Nuwaring. Und das Pflaster wird über die Haut ins Blut. Dann gibt es ja noch Spritzen auch sogar, oder? Ja, Spritzen, aber das ist wieder eine reine Gelbkörpertherapie, das ist wieder was anderes. Aber auch Verhütung? Auch Verhütung, klar, da kriegt man gar keine Regeln. Also da ist kein Östrogen dabei, da ist nur Gelbkörper. Und diese ganzen Methoden magst du nicht? Nein, ich mag sie eigentlich nicht. Ich mag sie eigentlich gar nicht. Nein, das ist... Ja, das ist nachvollziehbar, muss man sagen. Also ich bin immer ganz froh, wenn ein Mädel sagt, sie will, oder sie braucht keine Verhütung. Und da müssen wir das leidige Thema nicht besprechen. Und dann, aber klar, verschreibe ich auch die Bille. Ist eh logisch, weil es gibt nicht viele Alternativen, leider Gottes, für die jungen Mädchen. Aber ich weise auch sehr wohl Mädchen ab, wenn es ich so finde, sie ist noch nicht ausgereibt. Wurscht, ob die jetzt 16 ist und wenn die erst ein halbes Jahr die Regel hat und die Gebärmutter ist putzig klein, kriegt sie von mir keine Bille. Und wenn Pickel in der Pubertät, kriegt von mir sowieso niemand die Bille. Weil das ist was Natürliches, über was wir jetzt auch noch sehr viel reden könnten, aber das sprengt den Rahmen. Aber das ist also ein Thema, das ist einfach aus der... Das habe ich von Prof. Dr. Dr. Huber gelernt und das habe ich so toll gefunden, dass die Evolution wirklich das so eingerichtet hat, dass wenn die Frau in die Pubertät kommt, sie ja dann schwanger werden kann, logischerweise, und der Körper vorbereitet wird für eine Schwangerschaft. Und deswegen kommt er in der Pubertät in eine diabetische Stoffwechsellage. Sprich, es wird einfach mehr, der Blutzucker steigt und dadurch werden auch die Fettreserven für eine Schwangerschaft angelegt. Sprich, das Hüftfett einfach, 18.000 Kalorien, hat er uns erklärt, werden irgendwo gespeichert, die der Körper braucht für eine Schwangerschaft. Und in dieser diabetischen Stoffwechsellage steigen aber auch die männlichen Hormone an. So ein natürliches PCO-Syndrom, polyzystisches Ovasyndrom, wo eben die männlichen Hormone ansteigen. Und da kriegen sie natürlich auch Pickel. Wenn ich da jetzt aber eingreife, in dieser wichtigen Phase der Entwicklung, dann halte ich eventuell das auf. Und dann muss ich mit 25 die Pille wegtun und ein Kind kriegen und kriege keine Regeln mehr. Und dann kann ich dieses PCO manifestiert haben. Also von mir, seit ich das eben gelernt habe, weil es ist wirklich eine tolle Erklärung, von mir kriege einfach so ein Mädchen keine Pille mehr. Und dann sage ich ihm, da muss ich halt woanders hingehen, wenn sie es nicht versteht. Ich erkläre es natürlich auch immer, aber das gibt es einfach nicht. Also das ist... Ne, vernünftig. Ja, nein, es ist so ein komplexes Thema. Es ist also Verhütung ist echt ab. Und BMS, dieses prämenstruelle Syndrom, hast du ein paar Tipps, wenn man das hat, also lindern kann? Also BMS ist sicher ganz wichtig. Da gibt es eigentlich aus der Automolekularmedizin und von der Pflanzenwelt genug, wo ich das lindern kann. Das heißt, ich kann einen Mönchspfeffer nehmen, ich kann auch eine Jamswurzel nehmen, also Progesteron, das ist ja immer ein Progesteronmangel, ein BMS. Und Vitamin B6, wenn ich eher so diese psychischen, aggressiven oder so diese Phasen habe, dann das B6, Magnesium. Ganz wichtig, auch immer Magnesium dazu, für die Krämpfe, die oft schon vorher anfangen in der Gebärmutter, da krampft sie oft schon vorher im Bauch. Und wenn die Brustschmerzen so ein Thema sind, da hilft zum Beispiel eben auch Mönchspfeffer und da gibt es eben ein Präparat, das Mastodinon, das ist so mit homöopathischen anderen Sachen noch dabei, also ein Mischpräparat, das extrem gut wirkt. Also zu dem kommt man schon ganz gut hin. Ich habe früher das auch gehabt, das ist schon länger her, und dann habe ich einmal mit Leinöl angefangen. Ja, Leinöl ist immer gut. Wegen ganz was anders eigentlich, wegen der Haut. Und dann habe ich gemerkt, eben das Brustspannen, das, was ich alles gehabt habe, das ist dann weggeblieben. Nachtkerzenöl ist zum Beispiel auch ganz super für dieses BMS. Also ein Nachtkerzenöl noch dazu, ist ganz, ganz was eine gute Therapie. Und das Leinöl ist das Omega-3, ist sowieso gut. Und Vitamin D. Ja, Vitamin D, ja. Ich nehme im Winter eigentlich immer dazu. Komm, ruhig, das muss ich auch nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020